Irgendjemand da draußen entwickelt die hässlichsten Schuhe zum Joggen. Hier bei uns im Diesel Ass Kicking Lab. Haben wir was besseres zu tun. Wir sind stolz darauf, den Sneaker zu entwickeln, der den Arschtritt für immer verwandelt. Es ist der Diesel Sneaker der Zukunft. Auf ersten Anblick ein ziemlich herkömmlicher Schuh, aber herkömmlich ist weiter ab der Realität. Es ist der lässigste und modernste Schuh, der den Arschtritt der Zukunft in einem Augenblick verwandelt. Schauen wir mal, wie das so geht. Ein normaler Arschtritt findet statt. Plötzlich faltet von beiden Seiten eine Klaue auf und umschließt die Beine des Opfers. Zur selben Zeit wird die Hose aufgeschnitten und erleichtert den offenen Zugang an den Hintern. Eine Fanfare tönt aus den Lautsprechern. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt der unvergessliche Berührungspunkt. Eine Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger kommuniziert noch dazu. Wunderbar. So wunderbar, dass man das nicht für sich selbst behalten kann. Eine 11 Megapixel Kamera fotografiert den herrlichen Anblick. Und lädt das sofort auf Ihr Social Network auf. Und vergessen Sie nicht einen Tag an dieses Bild hinzufügen. Das ist der Diesel Sneaker der Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das dauert des ZDF für funk, 2017 Aufzacht. Untertitelung des ZDF, 2020